Hallo, mein Name ist Marcel Pauli vom Modehaus Menke in Winterberg. Wir wollten euch einen kurzen Einblick geben in die Gefühlssituation des Einzelhandels hier in Winterberg. Wir als Modehändler haben ja seit Mitte Dezember wieder mal nach dem zweiten Lockdown komplett geschlossen. Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet und motivieren uns gegenseitig, dass wir diese Zeit jetzt halt gut überstehen und perspektivisch trotzdem nach vorne gucken, obwohl das Geschäft geschlossen ist und keiner genau weiß, wann es wieder entsprechend losgeht. Jetzt in dieser Zeit versuchen wir einfach nur das Beste daraus zu machen. Ich persönlich und die Familie. Wir machen da längere Spaziergänge mit der Familie oder mit dem Hund. Das Wetter ist natürlich jetzt winterlich sehr schön. Das kann man nutzen. Und da versuchen wir uns einfach jetzt abzulenken, weil die Nachrichten täglich sind ja auch nicht immer so toll. Insofern konzentrieren wir uns auf den Start, wann immer er auch sein mag. Wir haben tolle Artikel hier im Geschäft. Wir werden euch entsprechend dann auch, ob das jetzt März sein wird oder Ostern, mit guten Angeboten entsprechend versorgen. Und freuen uns schon absolut darauf, euch begrüßen zu dürfen. Hier bei uns in Winterberg. Der Einzelland ist bereit für euch. Und wir sind auch guter Dinge. Wir versuchen uns zu motivieren. Macht ihr das genauso. Achtet auf euch. Bleibt gesund. Und wir werden uns in alter Frische in den nächsten Wochen oder Monaten sehen und auch hören. Kommt vorbei. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.